Hallo und herzlich willkommen zur dritten Runde im oberflächlich erst leicht angekratzten Abenteuer. Zugegeben, hier unten am Strand ist die Aussicht viel schöner, besser als in der zugehäucherten Nautiloiden-Nussschale. Ich will aber auch keine Wurzeln schlagen, also ganz fix umschauen, ob wir da nicht noch irgendwas aus den Trümmern rausziehen können. Und dann gehen wir unserer Wege und mal schön die Mauken ins Wasser halten. Och ja, da dampft es schon. Ordentlich kühlen, damit es keine weiteren Blasen gibt. Gut, interessant wäre jetzt auch, können wir schwimmen? Süßwasser, irgendwo in der Nähe muss eine Siedlung sein. Nein, schwimmen ist da nicht drin. Ja gut, das wäre auch zu viel verlangt. Och guckt, eine Muschelschale. Ein kurzes Schütteln lässt die unvollkommene Perle dieser Molluske in den Schalen klappern. Naja, der Händler, der gibt mir schon einen Taler für. In der Ecke hier drüben. Da sehen meine scharfen Augen nichts mehr. Da ist wohl nichts mehr drin. Ein zerfleischter Fischer. Naja, immerhin. In Ferron gibt es Dutzende von Währungen. Aber Gold nimmt jeder. Na, und ich erst. Also, ich wüsste da schon ganz genau. Oh, Beutekir ist das. Aber gut. Intelligenz. Dich zu erinnern versuchen, wann du das letzte Mal vor einem Leichnam standest. Na, das packen wir doch. Voller Mörder. Tja, stille Wasser sind tief. Ganz tief geht es darunter. Muss man sich mal vorstellen. Da ist man gerade hier als Fischer. Zu Werke. Kommt so ein großes Luftschiff. Verbröselt. Und haut dich erst mal aus dem Leben. Tja. In der falschen Zeit. Am falschen Ort. Nun gut. Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge. Oh. Schattenherz. Und sie plagt der Schmerz. Kein Scherz. Ja, ich könnte jetzt ein ganz fieser Kollege sein. Das bin ich aber nicht. Das Artefakt bekommen wir auch schon noch irgendwie später. Hey. 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 You're alive. I'm alive. How is this possible? Naja, mit ganz viel Glück. Ich hatte gehofft, dass ihr das wisst. I remember the ship. I remember falling. The nothing. Ja, das ist schlecht. Kann ich keine Informationen bekommen. Aber hast du vielleicht unsere Freundin gesehen? Was ist aus unserer Git-Freundin geworden? You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. Was? Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir sollten nachher sehen. Vielleicht ist sie verletzt. Oder Schlimmeres. You're more concerned for her than she is for you, clearly. We need to take care of ourselves. First things first. We need supplies, shelter and most of all a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Da gebe ich dir recht. Da sind wir einer Meinung. Aber gesucht wird trotzdem. So bin ich halt. Wir? Ihr wollt zusammenbleiben? Wir brauchen uns. Und wir wissen beide, was zu tun ist. Ich kann nicht mehr als eine bessere Firma denken. Na dann. Da werde ich ja gleich direkt rot um die Wangen. Na schön. Rechen wir auf. Eine Sache. Just before we go. Ich wollte dich wieder zu bedanken. Für mich freiwillig. Es wäre zu einfach, dass du dir direkt über meine Pod. Aber du hast nicht. Ich erinnere mich. Leid den Weg. Bitte, gern geschehen. Was sie jetzt noch nicht weiß. Die Rechnung wird saftig. Anderes Thema. Wie sieht's aus? Was sagt eigentlich das schlaue Buch? Mh, hh, 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 hh. Finde ein Heilmittel. Finde heraus, wie sich der Gedankenschänder-Parasit entfernen lässt. Wir sind der Hölle des Nautiloiden entkommen und irgendwo in der materiellen Ebene abgestürzt. Wir müssen die Gegend erkunden und einen Heiler finden. Tochter der Dunkelheit, weise mit Schattenherz weiter. Wir haben eine Halbelfe namens Schattenherz rekrutiert. Sie war ebenfalls an Bord des Nautiloiden und wurde mit einem Parasiten infiziert. Gut. Noch eine davon. Liegt die hier nicht in der Nähe? Die La Hesel. Wasser. Das beste Quellwasser der Schwertküste. Praktisch in Flaschen abgefüllt. Na dann immer her damit. Oh, jetzt teilt sich hier der Weg direkt schon auf. Mh, ja. Alter Schlafferhut. Häufiger herumgestoßen als ein Clown in einer Tragödie. Etwas Gold, etwas Fisch und eine Flasche. Oh, eine Laute. Die Laute ist das erste Instrument zahlreicher Borden. Und er klingt landauf, landab. In ganz Ferron. Na, wenn ich da an den Seiten dran herumzupfe. Das kann sich doch keiner geben. Leer. Ein Klumpen einsten Goldes. Ich erspare es euch, sonst bluten die Ohren. Erpflegung für die Reiser. Tja, schade. Badehose und Angel vergessen. Das wäre die Gelegenheit. Welch Schande. Parfümierter Brief, immer noch lesbar, trotz Wasserflecken und verschmierter Tinte. Da halte ich doch mal meinen Zinken rein. Lesen. Sei. Sei. Ich liebe dich. Da. Ich hab's gesagt. Und wenn du mich morgen triffst, werde ich es wieder sagen. Und wieder. Bis wir alt und grau sind. Wir sollten es wagen. Lass uns nach Baldurs Tor gehen. Ich weiß, es ist riskant. Aber hier zu bleiben ist es auch. Die letzten Monate waren hart. Aber alles ist etwas einfacher, wenn du bei mir bist. Verlass dein Boot und triff mich am Hügel bei der alten Brücke. Bring mit, was du tragen kannst. Wir schaffen es schon, ohne den Rest. Verspäte dich nicht. In Liebe, deine Anna. Da kommt's mir hoch. Na, was soll ich denn jetzt mit dem Geschreibsel? Diebeswerkzeug. Diebeswerkzeug ermöglicht es, dem Besitzer je nach Fingerfertigkeitswurf Schlösser zu knacken. Das Werkzeug zerbricht, wenn der Versuch scheitert. Mit dieser Sammlung aus Haken, Dietrichen und Schraubenschlüsseln lässt sich jedes Schloss knacken. Sofern man die entsprechenden Fähigkeiten hat. Und daran könnte es scheitern. Wegpunkt entdeckt? Oh, sag bloß. Es funktioniert auch, die Schneereise. Das wäre ja fantastisch. Wird gleich mal geschaut. Ja. Ach so. Ah ja. Ich wollte es gerade untersuchen. Schon weiß ich Bescheid. Und was haben wir hier? Dolchwurz. Rezept freigeschaltet. Dolchwurz, Asche. Ob ich da mal daran nasche? Na, oder vielleicht... Könnten wir es ja knacken. Was sagst du dazu? Oh, Schwierigkeitsgrad 20. Jetzt hau ich aber mal die ganzen Boni raus. Muss ich doch, oder? Ach ja, Bonus hinzufügen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Äh, und das? Ach, das zaubert sie noch. Na, vielen Dank. Nehm ich gern. Tja, Einsatz mit X. Das war wohl nix. Liebes Werkzeug zerbrochen. Ich könnte jetzt aber... Wenn ich welche hätte... ...noch mal einsetzen. Gut, okay. Na ja. Ich wollte es nur noch mal genauer wissen. Dann müssen wir später dorthin zurück. Habt mir eh schon gedacht, dass ich da jetzt noch nicht rein muss. Ihr habt überlebt. Oh. Dann gleich mal klein häckseln. Hatten wir dich schon? 9, 24 Münzen. Und dich? Sieht so aus. Zurück. Position einnehmen. Und geht's los. So lasst es den Kampf beginnen. Was, ein Schlag? Tödlich? Ja, für die vielleicht. Ist ja schon irgendwie putzig, wenn sie da angedackelt kommen. Haben sie auch nicht mehr alle volles Leben. Komm, ich geb dir mal einen ordentlichen Hieb. Von hinten. Na, da ist Shepard. Sag mal. Könnte ich noch... Da drüben brennt's doch. Ja, äh... Uh. Wieso durfte er denn jetzt nochmal? Da hat ein Zentimeter gefehlt. Naja, oder zwei. Was soll ich tun? Ähm, was du tun sollst? Einen Feuerfall hätte ich ganz gern. Und wenn's noch drin ist, deckt mir mal eine Heilung rüber. Ich war da etwas unvorsichtig. Tut mir leid. Beim nächsten Mal läuft's besser. Sag ich doch. Der hat zehn. Der hat neun. Ich meine null. Hm. Auch mal versuchen. Ein kleiner Stoß. In die Glut. Und schon trennt der Junge. Bin ich fies. Und pass mal auf. Da kommt jetzt noch... Ein bisschen was obendrauf. Damit's auch ordentlich zündet. Beenden. Was heißt hier winzige Chance? Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Und sage... 100%. Wie, was? Och, so viel hast du noch zu erzählen? Hui. Da nehmen wir uns später mal ein Zimmer. Also, äh, so. Ihr wisst schon, wie ich's meine. Und unterhalten uns in aller Ruhe. Da haben wir jetzt nicht die Zeit für. Intellektverschlinger Cerebellum. Alchemistische Zutat. Kombiniere drei davon, um eine Suspension zu erzeugen. Elixier der Psychisch-Resistenz. Intellektverschlinger entstehen aus den Gehirnen humanoider Gedanken-Schindersklaven. Was genau hältst du also gerade in der Hand? Äh, keine Details, bitte. Au. 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 Geh doch raus. Au. Man muss ja auch seine ganzen Zauber mal ausprobieren. Hier versteht. Eine Kiwi. Hm. Noch meckert niemand über das Gewicht. Verdünntes Öl der Schärfe. Überziehe deine aktive Waffe mit Öl. Sie erhält einen Bonus-Plus von Plus Eins auf Schaden- und Angriffswürfe. Außerdem überwindet sie Resistenzen gegen nicht-magische Schadensarten. Die schimmernden Kristallsplitter in diesem drüben Öl lassen es vor arkanem Potenzial summen. Starrelige Knolle? Und etwas Heilsaft. Nicht da hoch? Bestimmt. Ach, er kann auch klettern. Ich bin stolz. Wie Bulle. Tank der Geschwindigkeit. Heilsaft. Etwas zum Werfen. Da muss ich ja auch noch die Augen nach Kräutern offen halten. Oder Blumen. Pflanzen. Im Allgemeinen. Sagen wir es mal so. Ja gut. Die sind doch bestimmt nicht leer. Ach, nochmal diebes Werkzeug. Das bekomme ich doch ohne Bonus gebacken. Ein Lederhelm. Rettungswürfe, Geschicklichkeit plus eins. Ja, rauf damit auf die Rübe. Ach, warte mal, warte mal. Wo haben wir denn? Da ist der Tank. Dorfst du nehmen. Und ich sehe gerade, oh, den Stufenaufstieg. Den müssen wir noch durchführen. Sofort, unverzüglich. Nanu? Ach, hierhin werde ich wieder geschickt. Äh, 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 entscheidung ausstehend. Gesundheit erhöht. Gesundheit erhöht auf 20. Top. Perfekt. Göttliches Niederstrecken, Waffenschaden. Göttliches Niederstrecken, Reaktion, Waffenschaden. Und kritisches, göttliches Niederstrecken, Reaktion, Waffenschaden. Ja, 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 gut. Werne als Spezialisierung einen bestimmten Kampfstil. Verteidigung. Du erhältst einen Bonus von plus eins auf die Rüstungsklasse, wenn du eine Rüstung trägst. Du, 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 Duell. Wenn du in der einen Hand eine Nahkampfwaffe führst, die weder zweihändig noch vielseitig ist, und in der anderen Hand keine Waffe führst, bewirkst du zusätzlich zwei Schaden. Kampf mit großen Waffen. Wenn du bei einem Angriff mit einer Zweihand-Nahkampfwaffe mit dem Schadenswürfel eine Eins oder Zwei würfelst, wird dieser Würfel erneut gewürfelt. Oder Leibwache. Wenn du einen Schlag, einen Schild trägst, sind Angriffe auf deine Verbündeten im Nachteil. Sofern du dich im Abstand von bis zu 1,5 Metern befindest. Du musst den Angreifer sehen können. Wir nehmen wir Verteidigung. Bäm. Das jetzt bitte noch einmal bei ihr hier. Bäm. 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 Von 10 hoch auf 17 gepumpt. Da ist keine Entscheidung notwendig. W captured. Ach, was war das noch mal? Zauber vorbereiten. Du kannst nur jeweils eine begrenzte Auswahl an Zaubern wirken. Wähle aus, welche Zauber aus der Gesamtliste der dir bekannten Zaubern vorbereitet sein sollen. Zauber müssen außerhalb von Kämpfen vorbereitet werden. Okay. Das passt schon. Genauere Anweisungen kommen später. Äh, halt. Du spielst hier nicht den Chef. So weit kommt's noch. Lohnt sich wohl nicht, hier am Anfang ein bisschen durch die Büsche zu stiefeln. Ja, das bringt nichts. Och, wer sind sie denn? Na, freilich. Ähm, kein Problem. Zurücktreten. Hey, 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 hey. Jetzt. Mach nichts Falsches. Wir müssen nicht kämpfen. Don't we? I saw you on the ship. Free, scuttling about. You're in league with them, aren't you? Those tentacle... Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling, dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light. The fear. Tja, das ist so eine Sache, die kann ich dir nicht wirklich zu 100% erklären. Aber das, was ich weiß, ist, das ist der Wurm, der Gedankenschinder. Er verbindet uns. Das ist der Wurm. Der Wurm. Das erklärt Dinge etwas. Und ich denke... Ich war bereit, die Erde mit deinen Imagen zu dekorieren. Entschuldigung. Entschuldigung, angenommen. Ich hätte an eurer Stelle vielleicht dasselbe getan. Aha. Ein Kindredspirat. Mein Name ist Astarian. Ich war in Baldur's Gate, wenn die Böden mich verbringten. Das ist schön zu hören. Ich bin in keinem Zustand. Aber ich glaube... Ich bin Ishtar. Ein Freitag. So. Do you know anything about these Wurms? Ja, leider. Sie machen uns zu Gedankenschindern. Turn us into... Ha! Ha 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 ha! Of course, it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although... It hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Das ist absolut korrekt. Wir sind auch gerade auf dem Weg. Ganz zufälligerweise. Möchten Sie mit? Aber Moment. Was heißt kontrollieren? Loswerden müssen wir sie. Well, yes, of course. But first things first. Ihr solltet mit mir reisen. Gemeinsam haben wir bessere Chancen. Und da grinst er über beide Ohren. Ja, was soll ich denn davon jetzt halten? Gruppenaufteilung. Deine Gruppe wird links auf dem Bildschirm angezeigt. Die Porträts informieren dich über Gesundheit... Ja, schon klar. Rufenaufstieg. Keep your distance, darling. Für dich jetzt auch noch? Gar nichts hat er getan. Tja, es gibt halt manche Leute, die bekommen alles in den Hintern geschoben. Und er ist wohl einer davon. Ah, Dunkelsicht, Feenblut, Geübte mit Elfenwaffen, Gelegenheitseingriff. Nuschön. Over there. Du gehst schon mal gar nicht vor. Ich habe viel in meinem Geist. Ähm, well, in es. Aber das Wildschwein, das hätten wir doch eigentlich auch schlachten können. Erpflegung und so. Ein weiterer Schritt vor. Vorräte sammeln. Klickt da was? Hör ich doch mal auf dich. Lass mir das jetzt noch mal ganz genau durch den Kopf gehen. Und an der Stelle legen wir mal eine Rast ein. Damit soll's das für heute gewesen sein. Weiter geht's dann beim nächsten Mal. Und so sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen? Dann Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut. Macht's besser.